Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Baffe-Mits-Fuch 3, der schlafende Drache. Ich habe hier was zu schreiben bereitgelegt und versuche jetzt dieses Rälse zu lösen. Also was ich mir notiert habe ist, der Bruder darf nie mit dem Verdächtigen alleine sein und der Verdächtige nie mit dem Zeugen alleine sein. Und ich glaube, der Verdächtige darf niemals ganz alleine sein. Der Verdächtige... Ich muss den Verdächtigen also immer mittragen. So, Verdächtiger. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Den kann ich jetzt nicht rüberbringen, oder? Dann läuft er ja auf der anderen Seite weg. Oder wie ist das? Die erste Flussüberquerung. So, dann fahre ich jetzt wieder zurück und dann haut der ab, oder was? Die zweite Flussüberquerung. Ne, der haut nicht ab, okay. Dann nehme ich jetzt den Bruder mit. Horus soll bitte den Bruder nehmen. Und fahre rüber. Gut, der haut also nicht ab, das ist gut. Die dritte Flussüberquerung. Jetzt nehme ich den Verdächtigen wieder mit rüber. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Fahr wieder zurück. Haben wir doch schon jetzt gelöst, oder nicht? Die vierte Flussüberquerung. So, jetzt nehme ich den Zeugen mit. Horus, nimm bitte den Zeugen. Fahr mit dem wieder rüber. Und dann hole ich den noch nach. Ja, das war es doch schon. Haha. So, das war es schon. Die fünfte Flussüberquerung. So, Bruder und Zeuge sind da. Die können auch zusammenbleiben. Das ist kein Problem. Ja, hätte ich mir gar keine Noti... Obwohl, ich glaube, meine Notizen sind mir gehofft. Ich habe nicht in die Lösung geguckt. Die sechste Flussüberquerung. Ja, jetzt nehme ich den in der Mitte. Dann habe ich die siebte Flussüberquerung. Und fertig. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Und wieder zurück. Das war einfacher als gedacht. Ich bin so ein Brain, ey. Ich bin so ein Brain, Alter. Du hast es geschafft. Was dachtest du denn? Ich hätte gedacht, ich verkack da jetzt voll, aber nein. Achso. Kann ich da hochklettern? Ja. Stufen sind für Pussys. Da vorn schimmert etwas. Möglicherweise ist es soweit. Was passiert, wenn wir scheitern? Na komm, George. Es geht nur um die Zukunft des Planeten. Ja. Stimmt. Keine große Sache. Eben. Das dauert zu lange, Ostwald. Soll es schnell gehen oder funktionieren? Beides. So. Noch eine letzte Umdrehung. Warum zögern Sie? Ich habe Angst, deshalb zögere ich. Drehen Sie. Danach gibt es kein Zurück mehr. Drehen Sie, Ostwald. Oh nein. In nur 24 Stunden wird die Drachenenergie den Höhepunkt erreichen. Und sie wird mir gehören. Machen Sie schon. Oh oh. Die Kavallerie. Wie lästig. Flap. Töte sie. Okay, Boss. Schnell, Waffe nehmen. Quicktime-Events hier oder was? Die Kavallerie. Au. Au. Autsch, das ist das weh. Haben wir es geschafft? Ja, erstmal drauf zeigen. Yeah, sieh, Bäcker-Faust, ja. Achso, mir tut ihm nur weh. Na Nico, wie war ich? Das war ein gebrechlicher Mann, George. Aber er hatte einen großen Stock? Ja. Schön, Sie zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Tja, Nico braucht eben ewig zum Packen. Wie haben Sie mich gefunden? Der Orden des Heiligen Stefan. Oder der Rest davon. Dort war wohl der dritte Stein. Ja, hier rum ging es also die ganze Zeit, wie? Ein Juwel antiker Maschinenbaukunst. Und das heiße Ende? Kein Ende ist heiß. Sie sind beide ganz kalt. Nein, ich meine, wo kommt die Energie raus? Achso, nicht hier. Sie kann überall auf der Welt austreten. Auf den Drachenlinien. Verstehe. Und an diesem Ding sieht man wo. Ja, genau. Und jetzt ist es sicher? Oh ja, wenn wir nichts tun, schaltet es sich wieder ab. Für weitere 1200 Jahre. Nein, diesmal für immer. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen zweiten Susaro gibt. Was jetzt, George? Wie wär's mit der Reise nach New York, die wir schon immer machen wollten? Nein, ich meine, was machen wir mit Susaro? Der? Den liefern wir bei den Cops ab. Erst müssen wir Petra finden. Oh oh. Zurück. Ich glaube, das Problem ist gelöst. Hey, George. Da ist deine Lieblingsblondine. Schnauze. Meine Liebe, du bist spät. Ich musste noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Egal, jetzt bist du ja da. Ostwald starten sie. Was soll ich jetzt tun? Was denkst du? Sie töten natürlich. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Was? Sie hat mit mir gesprochen, Susaro. Was? Nein, das kann nicht sein. Wer bist du denn? Der Großmeister. Ach so. Hey, sollten Sie nicht tot sein? So viele vertraute Gesichter. Ich bin gerührt. Petra, was soll das? Ich dachte, du wärst loyal. Nicht dir gegenüber. Trauen Sie nie einer Frau mit Perücke, Susaro? Es war Petra, die mich in den Trümmern gefunden hat. Petra, die mich wieder gesund gepflegt hat. Du hast mich also ausspioniert. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Ihr Plan zeugt von einer Genialität, die selbst mich beeindruckt. Und nun wollen Sie mir die Früchte meiner Arbeit stehlen? Das ist doch nur fair. Sie haben mir ja auch meine Organisation gestohlen. Ich werde nicht unterwürfig zu Ihnen zurückkehren. Das habe ich auch nicht erwartet. Sie gehörten nie zu den Schafen, Susaro. Sie waren immer der Wolf. Wohl wahr. Daher sind Sie leider nicht mehr zu gebrauchen. Oha. What? Zehn Sekunden eines gequälten Schreins und drei Sekunden Todesschrein. What the fuck? Was ist das für ein Untertitel? Ach du Scheiße. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss gehen. Schade, aber schauen Sie ruhig mal wieder vorbei. Petra, bitte die letzten Einstellungen ausführen. Wir haben uns zu früh gefreut. Oh-oh. Endlich nähern wir uns dem Ende, dem Tag aller Tage. Und wieso sollten wir das Ding nicht einfach wieder abschalten? Bitte, nur zu. Es hat seinen Zweck erfüllt. Der Energieschub kommt. Nichts hält ihn mehr auf. Was halten Sie mit uns vor? Oh, ich bin kein Unmensch. Ich gebe Ihnen die gleiche Chance, die Sie mir bei unserer letzten Begegnung eingeräumt haben. Wer uns zu verfolgen versucht, den töte ich auf der Stelle. Was meint er mit, uns die gleiche Chance geben? Wir gaben ihm überhaupt keine Chance. Ja, genau. Hey, Nico. Ich fasse es nicht, dass der Großmeister nicht tot ist. Was muss man noch alles machen, um diesen Typen klein zu kriegen? Bruno, Sie kennen ihn besser als wir. Erinnern Sie mich nicht daran? Was hat er für Schwächen? Er ist ein eiskalter Analytiker, wodurch seine Wutausbrüche noch gefährlicher werden. Er ist eitel, aber er weiß es und hütet sich davor, dass seine Eitelkeit nicht sein Untergang wird. Schwächen, Bruno. Was sind seine Schwächen? Keine. Er ist böswillig, skrupellos und zu großer Grausamkeit fähig. Klingt nach einem Konzernchef. Das war er früher auch. Nico, ich stehe nicht mehr so auf Petra. So wie sie sich beim Großmeister eingeschleimt hat, das war einfach widerlich. Schön, dass dir ein Licht aufgegangen ist, George. Bruno. Hey, Bruno. Angenommen, wir kommen hier raus. Das müssen wir. Wie sollen wir den Großmeister aufhalten? Ich bin kein Held, George. Sie müssen selbst Ihre Strategie entwickeln. Was halten Sie von dieser seltsamen Wissenschaft? Sie sind allem, was wir haben, weit voraus. Merkwürdig, dass der Großmeister die Einrichtung zerstört hat. Sie muss Milliarden wert sein. Ich glaube, wenn er die Drachenkraft besitzt, braucht er kein Geld mehr. Okay, okay, okay. Nicht an der Maschine irgendwas tun. Ich dachte nicht daran, den Schlüssel Salomos einem anderen zu überlassen. Aha. Durchsuchen wir mal so Sau. Er ist tot. Durchsuchen wir ihn nicht. Flap. Flap, er war hinüber. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Nee. Können wir hier irgendwas mit tun? Nein. Sprengstoff. Sprengstoff. Eine Bombe, auf den Boden. In Deckung. Oh oh. Husten. Ist alles in Ordnung, George? Weiß nicht so genau. Sind wir schon tot? Diese Bestie. Barbar. Gibt es irgendwo einen Weg nach draußen? Oh, mein Kopf. Sehen wir uns mal um. Wo ist Flap? Wahrscheinlich unter den Trümmern. Wir haben keine Zeit, nach ihm zu suchen. Wir müssen hinter dem Großmeister her. Du hast recht. Ich suche den Ausgang. Mach das. Und, George? Ja? Wenn du etwas findest, was nach Bombe aussieht, lass es diesmal in Ruhe, okay? Danke für den Hinweis. War echt, ey. Nico? Hey, Bruno. Äh, Bruno. Tschö. Nico? Hey, Nico. Tschö. Okay, wir brauchen einen Ausgang. Ein Ausgang, ein Ausgang. Ein Klavier, ein Klavier. Da ist eine Lücke im Stein, die interessiert uns aber irgendwie nicht so. Ist hier was? Nein, da kommen wir gar nicht rein. Ist immer zu fett, um in die Lücke zu kommen. Kommen wir hier noch hoch? Hallo? Nein. Äh. Da. Ist da was? Ach. Hier wird irgendetwas tun? Ne. Ah, warte. Da kann ich was schieben. Warum kann ich das schieben? Ach. Wozu? Wozu? Wahrscheinlich nicht hier hin, oder? Wenn ich das jetzt da ganz ran schiebe. War dann hier irgendwo hoch oder so? Ne, okay. Dann habe ich es wohl in die falsche Richtung geschoben. Dann schieben wir es mal wieder zurück. So weiter geht wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir jetzt auf die andere Seite. Das dann nochmal schieben. Dann wieder drüber steigen. Und ziehen. Das geht nicht, natürlich. Drüber steigen. Und schieben. Und drüber steigen. Und ziehen. Gucken, wo wir jetzt damit hinkommen. Und drüber steigen. Und schieben. Komme ich jetzt da schon irgendwo hin dadurch? Ne. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das hin soll. Okay. Drüber steigen und schieben, bitte. Ich dachte, das wäre es jetzt gerade schon gewesen. Aber irgendwie kommt noch so ein... Kommt noch was. So. Drüber steigen. Und schieben. So, jetzt kann ich hier drauf. Jetzt stehe ich hier. Hä? Warte mal, da ist noch so ein Stein. Kann ich ihn auch bewegen? Nein. Soll es oben bleiben, bitte? Kann ich den hier auch bewegen? Ja, kann ich. Aber ich habe keine Ahnung, wohin. Kann ich jetzt hier? Wenn ich jetzt hier drauf klettere... Da kann ich nicht drauf klettern. Ah, da kann ich ihn gar nicht ziehen. Okay. Achso, dann muss der noch einen zurück. So, dann einmal drauf. Dann müsste ich den... Nein, 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 nein. So. So. Loslassen. Drauf. Kann ich ihn jetzt hier einen rüberziehen? Ja, kann ich. Aber da kann ich nicht mehr ziehen. Dann muss ich ihn wieder schieben. Hm, ja, ja, verstehe, verstehe. Ja, weiter geht nicht. Kann ich jetzt da drauf klettern? Hä? Warum mache ich das? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin will. Wo will ich denn hier was anheben? Also, wo brauche ich denn... Hallo, hoch bitte. Nein. Ach, scheiß Kamera. Warum sollte ich denn da hinwollen? Hier ist die Treppe, die jetzt durch die Explosion kaputt gegangen ist. Warum kann ich diese zwei Dinger hier schieben? Kann ich den denn eigentlich herausziehen? Ich stehe jetzt hier... Ziehe, ziehe. Und jetzt drüber gehe und einmal schiebe. Kann ich ihn dann nach oben schieben? Oder kann ich ihn nur hier hin und her schieben? Ich würde fast sagen, man kann den nur nach links und rechts schieben. Nein, nicht drauf. Nein, 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 nicht drauf. Schieben. Nee. Rausziehen geht auch nicht. Hä? Ist denn hier noch irgendwo so ein Teil? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ist hier noch irgendwo so... Ah, diese Kamera ist zum Kotzen. Ich kann diese zwei Dinger da verschieben. Aber warum? Wozu? Ich verstehe das nicht. Jetzt kann ich auch keinen von beiden mehr bewegen, wenn ich das System richtig verstanden habe. Jetzt komme ich hier drauf. Was soll ich hier? Nee, kann ich keinen mehr verschieben? Hä? Hallo? Bewege... Hallo? Move, bitch. Get out of the way. Da habe ich vielleicht irgendwas Interessantes dazu zu sagen. Hey, Nico. Tschö. Hey, Bruno. Hey, Bruno. Tschö. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich fürchte, ich muss wieder in die Lösung gucken. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Freunde, bis zum nächsten Mal bei Waffe-Milz-Fuch 3, Der Schlafende Drache. Macht's gut. Tschüsschen! Tschüsschen! Bis zum nächsten Mal.